Ja, moin moin und meddle, meine lieben Freunde. Es gibt ein paar Neuigkeiten bezüglich Rainer und seinem Begleiter, der im Moment ständig um ihn rumschwirrt. Es wurde ja bisher immer davon ausgegangen, dass es der Herr Böckamp von The Thursday Company ist, der ja auch dieser Netflix-Doku-Chef ist, aber der Begleiter ist jemand anderes, der für die Thursday Company arbeitet, und zwar Writer und Direktor Gregor Hutz. So bezeichnet er sich zumindest auf seiner Homepage. Der ist es also nun scheinbar, der nun für die Thursday Company mit Rainer Material zusammenstellt und dann an Herrn Böckamp weitergibt, um diese Doku dann auf Netflix zu veröffentlichen. Der Herr Hutz ist natürlich auch dann auf Social Media unterwegs und hat auch Videos mit Porträts zum Beispiel für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemacht. Ich verlinke euch mal seinen Branded Content, den er zusammengestellt hat, damit ihr euch mal selber ein Bild von seiner Arbeit machen könnt. Wenn ich mir als absoluter Laie diese Sachen so anschaue, dann sind die schon gar nicht so schlecht gemacht. Das ist also nicht irgendein dahergelaufener Typ, der mal meint, ein bisschen was hinklatschen zu müssen, sondern das sieht schon recht hochwertig aus. Und da frage ich mich halt, wie kommt jemand, der doch scheinbar Fähigkeiten in diesem Bereich besitzt, dazu, sich in dieses Hornissennest Rainer Winkler zu begeben und sich damit so ziemlich seinen kompletten Ruf zu diskreditieren? Meiner Meinung nach ist das halt ein Thema, wo man immer nur verlieren kann, als seriöser Filmemacher. Entweder man bekommt den Code Mieders ab von den Hatern oder wenn man ihn halt als das zeigt, was er wirklich ist in den vergangenen zehn Jahren, nämlich ein Provokateur, der Wind sät und Sturm erntet, dann verschärzt man sich halt mit den deutschen Medien, wie zum Beispiel dem Spiegel oder sonstigen Blättern, die das Opfernarrativ von Rainer natürlich aufrechterhalten wollen. In jeglicher Hinsicht, man hat verloren. Naja, ich kann zumindest nicht verstehen, was einen daran reizt, als jemand, der in seinem Job ja scheinbar seit Jahren einen Weg in das Gewerbe des Independent Filmmakers schafft, so beschreibt er seinen Job zumindest auf Twitter und sich dann durch sowas halt komplett in die Nesseln zu setzen. Verstehe mich nicht falsch, mit dem Thema beschäftigen kann sich natürlich jeder. Ich mache ja auch Videos über Rainer, nur wenn ich halt keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es halt sein. Der Herr Hutz riskiert damit aber seinen Job und seine Reputation, die er sich halt über Jahre scheinbar aufgebaut hat und ihn dann möglicherweise für andere Produktionen dann weniger interessant macht. Als Beispiel nenne ich da immer mal Daniel Leifels, der heute ja auch bereut, damals diese Dokus gemacht zu haben, weil er dadurch natürlich auch extrem viel Hate bekommen hat. Aber naja, jeder ist ja seines Glückes Schmied und ich bin ja nicht da, um anderen vorzuschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben. Ich denke, damit hat er so ehrlich gesagt tief in den Kutmieders-Topf gegriffen. Aber wir werden sehen. Dann wollen wir mal darüber sprechen, dass nun auch Netflix bestätigt hat, dass sie mit Rainer etwas machen. Nordbayern.de hat mit Netflix gesprochen, beziehungsweise da angefragt und ich verlinke euch mal den ganzen Bericht unter dem Video. Den wichtigsten Teil lese ich euch aber dann auch einmal hier vor und blende euch ein. Zitat Zitat Ende Zuerst kann ich hier jetzt einmal den Autor Tobi Lang von Nordbayern loben, denn der hat etwas gemacht, was die in letzter Zeit ziemlich wenig Medien gemacht haben, wenn es um Rainer ging, beziehungsweise die meisten haben es gar nicht gemacht. Sie haben nachgeforscht und recherchiert und journalistische Arbeit wirklich geleistet. Sie haben nicht nur irgendwas Bekanntes in irgendeinen Artikel verwurstet, sondern sind losgegangen und haben bei Netflix um eine Stellungnahme dazu gebeten. Und das kann man dann auch ruhig mal loben, auch wenn ich mit Nordbayerns Artikel von Frau Runau in der Vergangenheit nicht immer ganz zufrieden war. Aber an sowas können sich Spiegel, Ingame oder der Standard mal ein Beispiel nehmen. So, und Netflix sagt nun, dass sie in diese Geschichte reinschauen, was also genau das bestätigt, was wir alle bisher sagen. Rainer ist mit diesem Herrn Hutz halt unterwegs, um Material zu erarbeiten. Durch Herrn Böckamp als Netflix-Doku-Chef ist klar, dass es für Netflix produziert wird und wir können aus dieser Antwort von Netflix halt erkennen, dass ziemlich alles, was bisher über dieses Thema gesagt wurde, halt auch so stimmt. Natürlich bestätigt Netflix noch nicht diese Doku, weil die ja auch noch nicht im Kasten ist und sie selbst wahrscheinlich noch nicht wissen, ob es dann im Endeffekt überhaupt deren Standard entspricht oder ob Rainer in dem Maße mitarbeitet, wie die sich das vorstellen oder, oder, oder. Da gibt es ja wahrscheinlich noch sehr viele Fragezeichen, bevor diese Doku-Serie oder der Film halt im Kasten ist. Auf jeden Fall ist diese Netflix-Bestätigung jetzt schon mal ein Zeichen dafür, dass zum Beispiel dieser geleakte Vertrag vom Arbeitsamt-Haler korrekt war. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Arbeitsamt-Haler sind, beziehungsweise Hatern in Position bei Behörden, können wir auch mal gleich zum nächsten Thema kommen. Denn Rainer soll wohl im Moment ziemlich Stress mit dem Jobcenter haben. Wie wir ja wissen, gibt es ein paar Leute dort mit Einblick, die auch Infos rausgeben und eine Info ist nun gewesen, dass Rainer wohl vorgeladen wird zu einem Gespräch, weil er wohl Gelder nicht gemeldet hat, die er einnimmt oder bereits eingenommen hat und daher sich zu Unrecht wohl Leistung erschlichen hat. Scheinbar ist da wohl im Moment Großalarm und Rainer hat da ordentlich Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Um wie viel Geld es da wirklich jetzt im Moment geht, weiß ich leider nicht, aber die Leute, die für Rainer zuständig sind, sind wohl mehr als sauer auf ihn und schieben ordentlich Ärger vor sich her, sobald sie den Namen Rainer Winkler hören. Also im Grunde alles wie immer. Rainer hatte mal wieder die Möglichkeiten, sich richtig zu verhalten, hat scheinbar nicht alle Einnahmen angegeben, um Hilfe vom Jobcenter zu bekommen, wie zum Beispiel diese Hotelkosten, die damals übernommen worden sind, ich glaube im Endeffekt dann ja vom Landratsamt, und nun kommt halt wieder raus, dass Rainer mal wieder finanziell Scheiße gebaut hat und sich damit mal wieder zum Liebling der Behörden macht. Ach ja, Frau Winkelspecht, vielleicht sollten Sie nochmal überlegen, ob es so gut ist, unserem Rainer so den Hintern zu pudern, indem sie ihm mehr bezahlen, als ihm standardmäßig eigentlich zusteht, obwohl er gleichzeitig gutes Geld verdient, was er ihnen dann halt verschweigt. Naja gut, das soll es für dieses Video auch erstmal gewesen sein. Auch wenn Rainer im Moment halt nicht streamt, ist es meiner Meinung nach schon extrem spannend im Moment, gerade bezüglich dieser Netflix-Doku, jetzt kommt morgen ja auch noch dieser neue Podcast raus, über den werde ich euch hier natürlich auch nochmal informieren, und ich bin auf jeden Fall auch noch jetzt richtig gespannt, was jetzt noch bezüglich dieser wohl zu unrechtbezogenen Leistung passiert, die er ja vielleicht wieder zurückzahlen muss, mit einer kleinen Strafgebühr, und damit seine Netflix-Barren dann gleich wieder abhanden kommen. Ihr habt das ja auch schon öfters in den Kommentaren geschrieben, und ich habe das glaube ich auch in ein, zwei Videos schon gesagt, egal wie viel Geld Rainer kriegt, er versaut es sich selbst. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, und Meddle auf, meine Freunde!